Yo Freunde, was geht ab euch? Ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Ich hoffe mal zumindest. Heute ist nämlich mein Birthday. Also an jeden, der vielleicht dieses Video gesehen hat und so. Schreibt unten in den Kommentaren Happy Birthday an mich. Und wir werden heute mit den Leuten ein bisschen chillen und vielleicht den Leuten sagen, dass ich Geburtstag habe. Vielleicht bekomme ich vielleicht ein Geburtstagslied gesungen. Wenn euch diese Folge gefällt, als Geburtstagsgeschenk 70 Likes. Easy Freunde. Oder knacken wir 70 Likes für meinen Geburtstag. Easy Freunde. Easy. Los geht's. Hey übrigens, ich habe heute Geburtstag. Alles gut, ja? Soll ich das in den Geburtstag gespielt? Ja. Ich spiele jetzt Happy Birthday, so flöte. Ja, passt. Na. Ja. Mädchen, eure Kamera ist ja komplett wie ein Toast. Happy Birthday. Probier's so, probier's so. Bekomme ich vielleicht so ein Alles Gute Song von dir so an mich? Alles Gute für dich. Alles Gute für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Okay, right. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber! Georg, 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 Georg! Georg, Georg! Happy Birthday to you. Okay. See you. Hallo. Ich habe heute Geburtstag. Was? Ich habe heute Geburtstag, Geburtstag habe ich heute. Gebruh. Du? Du hast Geburtstag- HANNNI? Okay, hat nicht geklappt. Ja, zwei Eis mit Kameran. Yo, happy birthday to you, to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Ey, was ist das für Mädchen, schon wieder unterwegs, Digga, das gibt's nicht. Happy birthday to you, happy birthday to you. Salam, Salam. Salam, Salam, Bruder, Salami oder Buten. Salami, Yoram. Alam, Lerum? Was ist Alam, Lerum? Aus welchem lang kommst du bist nicht Türkei. Ich bin nicht Türkei, Bruder, was sind das für Urteile? Bist du Kinesin? Schau, deine Freundin lacht dich aus, oder? Das sind immer diese Vorhoteile, die die Leute machen, Digga. Das ist kein Vorhoteil, das ist ja ganz normal Schätzen. Was für Schätzen? Du fängst an, mit mir Türkisch zu sprechen und sagst Schätzen. Konnichiwa und da sagst du Schätzen. Happy birthday. Türke, Türke. Tschüss. 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 Happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday. Thank you very much. You are beautiful. Thank you. Du bist hübsch. Danke. Insiga, Mila. Das waren drei Sprachen. Deutsch. Ich kann sieben. Auf welche Sprache willst du, du bist hübsch anhören? Spanisch. Ähm, warte. Despacito. Ey, es war Spaß. Ich kann nur Deutsch und Englisch und ein bisschen Arabisch. War nur Spaß. Okay, ich bin nämlich Dominikanerin. Sag mal, auf Spanisch. GeorgTV ist der beste Kanal auf YouTube. Hey, was ist los, Digga? Ich wollte zu gern hören auf diese Kinderkanische. Digga, ich pack mein Leben nicht. Ich war gerade voll spannend für mich. Glaubt ihr an, äh, 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 ähm, äh, 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 äh? Bevor ihr jetzt kippt und vorbeigeht und geht, ich habe heute Geburtstag und mein Wunsch wäre, wenn einer von euch beiden zu mir sagt, ich bin der hübscheste Junge auf dieser Welt als Geburtstagsgeschenk. Guck den Bizeps, guck den Bizeps, guck den Bizeps, hast du noch Trizeps? Ja, warte, warte, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Parapara, 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 Ja, warte, Bruder, Cannabis, Cannabispflanze, Drogen, überall Katastrophe, Bruder. Ihr seid hübsch und ich bin hübsch, das heißt wir sind drei hübsch. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Danke, ihr seid die Besten. Warum gehen die gleich, nigga? Das Mädchen, ich habe heute Geburtstag, sing mir verdammt nochmal etwas vor, das gibt es nicht. Alles das Gute. Danke dir, ich wünsche dir auch alles Beste. Danke dir, ich liebe euch, ohne Spaß, ihr seid die Besten, wirklich, I love you very much, ich liebe euch beide extrem. Wie dich auch. Ich glaube, das Aufregen ist richtig cool, nigga. Oh mein Gott. Wir fangen jetzt an, gemeinsam Happy Birthday zu singen und wir stehen jetzt gemeinsam auf und machen das gemeinsam. Jalla, stehen wir gemeinsam auf. Jalla, gehen wir, stehen wir auf, jalla, jalla. Okay, wir sagen gemeinsam Happy Birthday für mich, okay? Ich habe heute Geburtstag singen, wir gemeinsam, okay? Ja, du. Nenn mich Schatz, kein Problem, nenn mich Schatz, okay? Ich werde dich geäußern, Schatz. Happy Birthday, du, jung. Ich habe heute Geburtstag, wir singen gemeinsam Happy Birthday, okay? 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Weißt du es nicht auswendig? Heute habe ich bei mir als Gast Shirin David. Hi, wie geht's dir? Gut, dir. Auch gut. Also Shirin David, was sagst du jetzt? Du hast knapp 5 Millionen Abonnenten auf Instagram, was sagst du dazu? Ja, bin ich total brav oder so. Ja, du hast sehr viel erreicht. Was sagst du zu den ganzen Haten, den du ab und zu bekommst? Juckt mich nicht. Shirin David, darf ich ein Foto mit dir machen? Nein. Wir singen gemeinsam, wir singen gemeinsam. Georg TV ist der Beste. Georg TV ist der Beste. Schatz, Schatz, Schatz. Lieber Schatz, Happy Birthday to you. Hi. Und? Alles okay bei euch? Ja. Auch gut. Ich war heute ein bisschen unterwegs und ein paar Leute sagen, dass irgendwas bei mir nicht passt. Habe ich irgendwas falsch an oder passt alles bei mir? Sieht perfekt aus. Perfekt wie immer. Ich sehe auch. Also eigentlich alles perfekt. Sagen wir im Video? Ja, klar. Ich kenne ihn. Nee. Du bist doch deine. Ich kenne dich. Okay, hi. Okay, ich mache ein Bild. Ein, zwei, drei. Stabil. Stabil, stabil, Mann. Das kann man doch benutzen, ne? Ja, klar. Ey, Mann, wow. Das ist stabil. 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 Alles okay? Die ganze Zeit das Wort geht in der Hand. Ist es nicht langsam zu anstrengend für dich? Hm? Es ist mit mir. Mit mir. Das Ende dieses Videos zu machen. Okay. Aber ohne auf Wodka. Damit es passt. Damit es passt. Korrekt von dir. Korrekt. Das war es mit diesem Video, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst einen... Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Genau. Um nichts zu verpassen, Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und... Peace out. Joxie. 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 Bis zum nächsten Mal.